Hallo, mein Name ist Aquila, willkommen zurück zu Rule the Waves 3 und dem Deutschen Reich. Wir haben den Monat Mai im Jahr 1892, das heißt wir haben etwas mehr als zwei Jahre bereits gespielt und wir haben direkt einen Krieg jetzt schon am Laufen mit Frankreich, der läuft seit ein paar Monaten und der läuft soweit für uns überraschend gut. Wir haben 6800 Siegpunkte, sie haben knapp 1000, das heißt wir gewinnen hier deutlich und wir haben auch bislang alle Seeschlachten gewinnen können, mehr oder weniger, obwohl sie deutlich stärker sind als wir eigentlich. Wir schauen mal ganz kurz ins Schlaubuch und wir sehen, dass Frankreich 11 Pre-Dreadnoughts hat und sie bauen noch weitere 4, wir haben 4, bauen 5, haben also deutlich mehr, ihre sind auch deutlich größer und deutlich schwerer bewaffnet, wir können da überhaupt nicht mithalten. Sie haben auch mehr schwere Kreuzer, sie haben mehr leichte Kreuzer und sie haben auch mehr Korvetten und bauen sogar nochmal 12. Also sie werden uns deutlich ausskalieren hier und es wird auch immer schlimmer, nur wenn der Krieg weiter andauert, weil sie eben mehr Budget haben als wir. Das ist also sehr deutlich und da sollten wir eigentlich keine Chance haben, aber sie trauen sich nicht so wirklich an uns ran. Sie haben sich hier öfters entfernt, zurückgezogen, schlachten einfach verloren, automatisch und die Blockade, die sie hatten, ist auch mehrfach schon gebrochen worden. Aber das wird jetzt für uns sehr schwer, da irgendwas gegen zu machen. Sie haben hier eine deutliche Übermacht. Wir schauen ganz kurz in die Stats und wir sehen, dass sie quasi gerade fast doppelt so viele Schiffe, so viel Schiffsraum haben hier in der Nordsee wie wir und uns dadurch deutlich blockieren. Das wird ein Problem sein, wenn das länger andauert, weil dann kommen nämlich die Exporter nicht mehr rein, auch die Importe kommen nicht rein und wir werden eventuell sogar eine Hungerkrise bekommen. Das wird also nicht so leicht sein für uns da rauszukommen, wenn wir jetzt nicht irgendwas drastisch ändern können. Wird aber schwer, weil wie gesagt, wir können nicht mal irgendwie mit ein paar Schiffen vielleicht was reißen. Sie haben einfach bessere Schiffe. Unsere aktuelle Hauptklasse, die Brandenburg, die ist dem einfach nicht gewachsen. Vier Zehner, das ist, oder zwei Zehner sogar, nur das ist wirklich gar nichts. Das ist ein sehr schwaches Design. Da haben wir leider nicht wirklich viel mit zu melden. Aber wir geben unser Bestes und wir haben zum Glück viel Erfolg gehabt, dank unserer Kommandanten. Die waren insgesamt äußerst fähig. Und zum Beispiel die, ich glaube, es war die Hansa gewesen oder die Hertha, es war, glaube ich, die Hertha sogar gewesen, die ja dann in einem Alleingang mehrere Transporter versenkt hat, dem Feind entkommen. Es war ziemlich cool. Also wir haben durchaus ein paar sehr kompetente Leute, aber insgesamt wird es mehr als nur das brauchen. Wir machen mal den nächsten Schritt und schauen, was passiert. Wir haben einen Enemy Coastal Raid, einen Küstenangriff der Franzosen auf uns. Wir schauen mal, was passieren wird. Und es passiert. Sie nehmen an. Okay. Und wir sind hier in der Schlacht. Es ist gerade früh am Morgen. Die Sonne ist gerade aufgegangen, hier im Mai. Wir haben hier verschiedene Schiffe. Wir haben tatsächlich sogar große Schiffe. Wir haben zum einen die Fürst Bismarck als Scout hier vorne. Die haben wir ganz kurz auch von der KI übernehmen lassen, vom Kommandanten dort. Und wir haben hier die Amazone. Die wird dann ein Screen werden. Und die Weißenburg und die Brandenburg. Zwei Brandenburg-Schiffe sind jetzt hier dabei. So wie da hinten ist noch ein Merchant. Okay. Wir haben also eine relativ große Flotte. Da werden die Franzosen wohl auch was gebracht haben. Wir schauen mal, ob wir was finden können. Wir werden einfach mal geradeaus fahren. Und dann hier so ein bisschen den Eingang bewachen. Und quasi hier so rumpatrouillieren. Wir sollten auch noch weitere Schiffe hier haben. Vermutlich einige Korvetten und Küstenschiffe, die wir hier noch in der Patrouille haben. Transporter. Die werden vielleicht ja am Tag auch was sehen. Wir schauen mal. Und gehen mal ein bisschen vorwärts. Und vielleicht finden wir ja was. Das wäre schon mal sehr, sehr schön. Schön. Also. Ich werde mal nach unten fahren. Und ganz kurz das Mikro drehen. Sekunde. So. Ich werde übrigens auch die Folgen ab jetzt ein bisschen kürzer machen. Die waren ja jetzt immer sehr lange gewesen. Das war jetzt einfach nur der Sache geschuldet, dass eben der Anfang sehr langsam war. Ich wollte ja so ein bisschen Tutorial machen und das Spiel erklären. Und damit das nicht dann über drei Folgen gestreckt ist, haben wir das ein bisschen verlängert in der Folgenlänge. Ich hoffe, das war okay. Ab jetzt wieder dann die gewohnten 15 Minuten Folgen. Für auch dieses Game. Ich denke, das geht hier doch ganz gut. Und wir können da das meiste ganz gut machen. Das hier oben ist jetzt ein Merchant gewesen. Wir fahren nochmal nach oben. Denn die werden sicher irgendwo noch hier kommen. Wir haben da gar keine Reports. Was gut für uns wäre, wären jetzt Luftschiffe. Aber die kommen erst deutlich später. Übrigens, was man vielleicht komisch finden mag, was ich mir noch komisch finde an dem Game, ist, dass das hier eine moderne Map ist. Also von den Ländern her. Wir haben hier Tschechien, die Slowakei. Also moderne Grenzziehungen der aktuellen Zeit. Finde ich persönlich ein bisschen weird. Ich weiß echt nicht, warum das so ist. Also keine Ahnung. Weil sie haben ja eine richtige Karte im Kartenmodus. Aber hier, also ich weiß nicht. Ist jetzt auch das Model vielleicht billiger gewesen. Keine Ahnung, warum ist hier ein moderner Kartenmodus. Es ist ganz merkwürdig. Das macht keinen Sinn. Und ich finde das irgendwie so ein bisschen Immersion Breaking. Also wenn es da wenigstens einen Grund für gäbe. Vielleicht gibt es ja einen Grund. Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig. Das müsste meiner Meinung nach nicht sein. Weil es das Spiel ein bisschen verwirrend macht. So was mit den modernen Grenzen. Das ist so ein bisschen komisch. Irgendwie. Und scheinbar ist die Stadt einfach zu Ende. Sie haben sich hier nie herangetraut. Sie hatten drei Schlachtschiffe. Schwere Kreuzer, leichte Kreuzer. Aber sie haben sich nie herangetraut. Okay, damit ist die erste Schlacht direkt vorbei. Hier ist ihre Flotte. Die wollte einfach nicht teilhaben. Und wir schauen mal ganz kurz ihre Schiffe an. Die Bouvet zum Beispiel hier. Das ist hier wirklich ein Kaventsmann. Ja, zwei 13 Incher. Sehr spannende Geschütze hier. Einzelgeschütze. Aber auch zwei Elfer. Also sogar die Sekundärbewaffnung ist stärker als unsere Hauptbewaffnung aktuell. Das ist wirklich krass. Also die sind einfach deutlich besser. Auch mehr Panzerung. Das ist schon schwierig. Also hätten wir keine Chance gehabt, gegen die zu kämpfen. Wir haben einfach schlechtere Schiffe. Einfach generell. Wir haben bessere, leichte Schiffe zum Teil. Aber unsere Hauptkampfschiffe, die Schlachtschiffe. Oder die Pre-Dreadnoughts. Wirklich mies. Und, aber dadurch haben wir jetzt wieder Punkte gewonnen. Also das nehmen wir gerne an. Und wir haben hier auch, oh, wir haben hier ein neues britisches Schiff. Die Jupiter. Wow. 4 13er. Puh. Dafür nur zwei Sechser. Also wirklich davon nur zwei große Haupttürme. Und der Rest ist fast gar nichts. Leichte Panzerung auch. Aber schon ein Ding, ne? Schon ein Gerät. Ähm. Mal schauen ganz kurz nochmal. Wenn wir unsere neuen Schiffe bereits im Bau, die neue Berlin-Klasse, die wir bauen, haben wir selbst designt. Und die wiederum wird zum ersten Mal dann wirklich auch ein bisschen fähriger sein. 4 11er ist relativ kontemporär. Schon auch jetzt wieder ein bisschen outdated. Aber das geht. 13 Zoll am, 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 am Rumpf ist auch wirklich nicht verkehrt. Ähm. 10 6er, ja. Das könnte besser sein. Aber das ist insgesamt ein besseres Schiff. Damit kann man schon eher was versuchen, als mit dem, was wir aktuell haben. Das ist schon deutlich besser. Und deshalb muss auch unser Ziel sein, einfach als Marine-Admiral hier, als Marine-Minister. Wir müssen einfach schauen, dass wir unser Land die nächsten 5 Jahre von den Schlachtschiffen her besser aufrüsten. Weil wir können gerade es mit keiner europäischen Macht aufnehmen. Das geht einfach nicht. Wir haben nicht den Schiffsraum. Wir haben auch nicht die Qualität. Aber die nächsten 5, 6 Jahre können wir was besseres designen. Vor allem auch viele Schiffe bauen. Wir können bei Quantität auch kommen. Das geht auch. Wenn wir von den Berlinern nochmal ein paar mehr haben, sind wir deutlich stärker. Wenn wir eine große Linie haben an Schiffen, mehr als der Feind, gewinnen wir auch dadurch. Das sollte auch möglich sein. Und dann eben durch gute Feuerkontrolle können wir, denke ich, sehr viel wiedergutmachen. Aber das ist ein bisschen dauernd. Wir werden noch eine Weile zurückfallen, zurückbleiben im Vergleich zu Frankreich. Aber wir werden auf jeden Fall das noch einholen. So, wir attackieren feindliche Schiffe. Jetzt hier bei Nacht tatsächlich. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen unangenehm. Das ist Nacht und eine kurze Nacht natürlich, weil es Sommer ist. Wird auch simuliert. Und wir haben jetzt hier unseren alten Kampfverband wieder. Der war ja schon mal da. Da unsere schweren Kreuzer fungieren als Scouts. Gleich vier davon haben wir mitgenommen. Alle, also quasi fast die Stärken. Und wir haben jetzt hier vier unserer, oder alle vier unserer Pre-Dreadnaughts. Ist riskant, die hier einfach so rauszubringen. Wir sollen hier unten wieder hinfahren. Da waren wir schon mal gewesen. Ist, finde ich, eine echt blöde Idee. Aber wir können es versuchen. Es wäre mir lieber, das mit leichten Kreuzern zu machen. Die können wir wegkommen wieder. Weil die sind ja echt langsam. Da ist das Problem. Wir sollten uns vermutlich beeilen, um einfach da anzukommen, bevor es wieder Tag wird. Und am besten auch Dönkirchen und Calais ein bisschen vermeiden, dass sie uns noch nicht gleich sehen. Weil da werden wohl auch bestimmt Küstenverteidigungsboote sein. Das ist wahrscheinlich eine Option. Mal schauen, ob wir da was finden werden. Aber ich hoffe einfach, einen Transporter, zwei Transporter. Das würde schon reichen. Ich denke nämlich auch, dass wir demnächst in Verhandlungen treten können mit Frankreich. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Wir können das nicht irgendwie machen. Wir sind wirklich nur Marine und sonst nichts. Aber wir können natürlich ein bisschen auch Einfluss nehmen. Wir können Empfehlungen aussprechen. Das geht wohl. Und hier ist ein unidentifiziertes Schiff vor der Küste von Calais. Wir werden schauen, wie schnell es fährt, um zu schauen, was es sein könnte. Es fährt langsam. Das ist also wirklich eine Korvette tatsächlich. Das könnte aber auch ein Transporter sein. Aber nein, sie feuern und wir feuern zum ersten Mal. Die haben aber auch gefeuert, dachte ich gerade. Sie feuern auch mit kleinen Geschützen. Das könnte wirklich eine Korvette sein. Das wäre auch keine schlechte Versenkung. Wir haben sie getroffen. Unsere ersten Treffer gegen ein Kampfschiff, würde ich fast meinen. Ich glaube, wir haben bisher nur Transporter getroffen in den Schlachten davor. Die Fürst Bismarck hier räumt bei Nacht sogar die Korvette hier vom Tisch. Super. Wir machen mal weiter. Wir werden das auf jeden Fall erwischen, das Schiff. Das ist nicht sehr schnell. Achtung, hier wegen Kollisionen ist das auch gefährlich. Nur aufpassen. Das finde ich hier ums Rammen. Der Turm der weißen Burg ist stecken geblieben. Hier der vordere natürlich. Das passiert manchmal, wenn die Quale nicht so geil ist. So, wir treffen sie mit sechs Zollgeschützen. Sehr schön. Wir haben bisher noch nie mit den großen Türmen auf den Schlachtschiffen irgendwas getroffen. Was aber auch normal ist. Das war zu der Zeit so. Das sind einfach keine akkuraten Waffen. Die Korvette könnte entkommen, wenn es eine ist. Sie zu versenken wäre nicht schlecht. Das schwächt die französische Möglichkeit, ihre Konvois zu schützen. Es ist eine Korvette. Okay. Die Bourbaki-Class, die ist wie aufgebaut, mit zwei Fünfern. Die hat sogar zwei Zoll Panzerung. Die ist also gar nicht mal so schwach. Aber die haben wir jetzt tatsächlich auch nicht versenken können. Das ist schade. Ja, keine Treffer. Das war klar. Das war zu erwarten. Das Problem ist, jetzt wissen sie, wo wir sind. Und die Freya ist verloren gegangen. Die Freya hat sich hier verabschiedet. Wir fahren mal zurück. Sie fährt auch zurück. Wir haben sie zumindest beschädigt. Aber jetzt wissen sie, wir sind da. Das heißt, wir müssen schauen, wie das jetzt weitergeht. Wir fahren jetzt mal schnell zum Punkt. Die Freya geht bereits voraus. Wir hatten öfters solche Happenings, dass eben unsere Kommandanten einfach selbst frei herausgehen. Und das Landziel ist ja auch noch da. Stimmt, die Coastal Battery. Ich weiß nicht, ob ich mich mit der Coastal Battery jetzt hier anlegen will, wirklich. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, oder? Obwohl es ist nur eine 6 Zoll Batterie. Die können wir eigentlich mal ein bisschen angreifen. Die können wir durchaus mal ein bisschen ärgern. Und auch ein bisschen Ziel-Practice bekommen. Weil, da ist sie. Ja, immer gut, wenn wir mal was treffen irgendwann. Zwar nicht mit den schweren Geschützen, aber immerhin, wir treffen sie mal. Ich würde sie gerne ausschalten. Ein Geschützt ist kaputt. Das ist gut. Derweil suchen wir nach den Transportern. Wir können die auch ganz zerstören. Das geht auch. Sinken können sie natürlich nicht. Aber man kann sie zerstören. Im alten Game ging das. Da konnten die auch sinken. Da hat es teilweise gesagt, ach, sinking. Das war ein bisschen merkwürdig. War aber nur ein grafischer Bug. Kein Spiel Bug. Das ist die Frage. Da ist was. Sehr gut. Okay, da haben wir was gefunden. Sehr schön. Also. Was bist du? Das ist sehr schnell. Das könnte alles sein. Ich hoffe auf einen Transporter. Bei Schlachtschiffen wäre ich besorgt. Weil wir wissen, die Franzosen werden hier auch was haben. Aber das ist alleine. Das Schiff ist alleine. Und das ist tatsächlich ein Transporter. Davon können wir ausgehen. Den wir auch sehr gut getroffen haben. Der sollte auch sinken. Die Schlachtschiffe treffen gar nichts. Also auch auf die Distanz. Die treffen nichts. Schon ein bisschen peinlich. Haben sie aufgehört. Aber der wird eh sinken. Also Transporter sinken meistens nach drei, vier Schüssen. Das ist klar. Die treffen nichts. Das ist schon ein bisschen schlecht. Aber er ist am sinken. Glaub ich. Davon können wir ausgehen. Sehr gut. Das erste Ziel damit direkt versenkt. Er ist halt direkt gesunken. Super. Und es ist Tag. Das heißt, wir müssen uns etwas besorgen. Wir werden mal auf Cruising Speed gehen. Und da ist vermutlich die französische Flotte. Oh ja. Das wird wohl die Flotte sein. Ich würde gerne die Freya mitnehmen wieder. Die muss abgeholt werden. Das ist nämlich jetzt gerade ein bisschen kritisch hier drüben. Wir werden mal ganz kurz schauen, was wir hier haben. Leichte Kreuzer. Freya ist wie bewaffnet. Vier Achter. Acht Sechser. Zwölf Dreyer. Das ist gut. Die Freya kann auf jeden Fall das mit allen aufnehmen. Aber wenn das hier Schlachter sind. Oh ja. Das sind Schlachter. Dann müssen wir aber schleunigst weg. Freya. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du dich zurückziehen würdest. Noch ist gerade Dämmerung, glaube ich. Ja. Das heißt, noch graut es dem Morgen hier. Aber wenn wir aufpassen, graut es ja auch der Freya. Ich würde sagen, wir ziehen uns hier tatsächlich zurück. Wir haben bekommen, was wir wollten. Nämlich einen Transporter zumindest. Wir müssen eigentlich, glaube ich, zwei versenken. Genau. Zwei Schiffe jeglicher Art. Das wird aber schwer sein, hier zu erreichen. Wir können deren Schlachtschiffe nicht angreifen. Die machen uns einfach. Das Doofe ist die Hansa. Ist jetzt auch am Verloren gehen. Können wir die noch zurückholen? Ist die noch rettbar? Nein. Okay. Die haben uns tatsächlich beide verloren. Ich werde sie nochmal einsammeln gehen. Mit voller Geschwindigkeit. 14 Knoten kriegen wir noch hin. Aber jetzt wissen die, wo wir sind. Ja. Die werden uns versuchen zu finden. Das ist jetzt echt schlecht. Das ist jetzt echt, echt schlecht. Mist. Und jetzt wird es auch noch Tag. Hansa, bist du erreichbar wieder? Oder ist die Erdkrümmung hier zu stark? Das ist leider nicht möglich. Hm. Unangenehm. Die Transporter werden wohl weg sein inzwischen. Aber man kann sie noch finden. Das Problem ist jetzt eher diese französische Flotte. Oh ja. Die ist jetzt nämlich hier auch direkt vor uns. Und da können wir es nicht mit aufnehmen. Ich fürchte, werden die Hansa und die Freya jetzt einfach hier lassen müssen. Die werden das schon selbst irgendwie hinkriegen. Die haben ja das vorher schon mal geschafft. Zumindest glaube ich, die Hansa war das gewesen. Wir müssen mal ein Wort mit den Kommandanten dort reden. Aber ansonsten ist das glaube ich okay. Hier, was haben die für schwere Kreuzer? Wir schauen mal ganz kurz. 6, 8er, 12, 5er, 10, 2er. Oh, das ist auch nicht verkehrt. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt bitte fürs Bismarck hier auch zurückziehen. Genau. Ihr könnt hier mal screenen. Besser als Scouten in dem Fall jetzt. Und die anderen Schiffe werden sich auch zurückziehen. Das ist wohl machbar. Die werden das irgendwann schaffen. Ich denke, wir kommen hier auch raus. Die französische Formation wurde ja auch jetzt ein Stück weit gebrochen. Was haben die hier für Schiffe? Die Galois-Class. 2, 13er. Oh, das ist aber auch heftig. 4, 7er. Aber die werden natürlich nichts treffen. Es macht halt keinen Sinn für uns hier irgendwie in den Nahkampf zu gehen. Die Trefferraten werden niedrig sein. Die Freya macht hier was Gutes und engaged hier die leichten Kreuzer. Das ist perfekt ihre Aufgabe. Das kann sie gut. Was haben die so für Waffen? Oh, 2, 8er. Das ist doch ein sehr schwerer, leichter Kreuzer. Das ist doch einiges. Aber das sollte auf jeden Fall hier möglich sein. Da haben wir, denke ich, die Option, das hier gut hinzukriegen mit dem, was wir haben. Das hier ist die Veneta. Das ist aber auch einer von unseren. Genau. Ja, die Hansa und die Freya, die kriegen das schon hin. Wir locken die erstmal weg. Es ist gerade auch richtig Tag geworden. Es hat vorher noch geregnet. Wir gehen volle Geschwindigkeit. 13 Knoten. Leider ist mehr als nicht möglich. Okay, 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 okay. Veneta. Du kommst da aber auch weg. Das wird, denke ich, okay sein. Die haben nicht wirklich die Akkurazität, um uns hier gefährlich zu werden. Ohne Transporter. Warte mal. Sekunde. Wir können noch die Schlacht gewinnen. Wir müssen ja zwei Transporter versenken. Und da ist gerade einer. Da wird klar, natürlich Franzosen das näher um es ranbringen. Aber die sind auch nicht sehr schnell. Der Transporter wäre stattdessen verfügbar. Die Fürs Bismar geht hier auf die Coastal Battery. Ich weiß wirklich nicht, warum. Ich kann es mir nicht erklären, warum unsere Kommandanten solche komischen Entscheidungen treffen. Das ist wirklich merkwürdig. Kann man, dass die verloren gehen. Dann werden die mal so komisch rumfahren. Da ist das überhaupt kein Wunder. Ich hoffe, die können ganz kurz drauf feuern. Das sollte klappen. Auf den Transporter. Ja. Sie zielen auf ihn mit den kleinen Geschützen. Und die Weißenburg wurde gerade getroffen von mittleren Waffen. Wir werden mal ganz kurz gucken. Die Weißenburg. Das ist mittlere Schiff. Hat auch relativ guten Schaden genommen. Okay. Also die französischen Schlachtschiffe treffen uns. Die treffen sie nicht. Und natürlich treffen wir auch den Transporter nicht. Weil ist ja klar. Können wir ganz kurz mal gucken, ob wir vielleicht hier nicht ein bisschen... Manual Targeting. Division Target. Hier. Kann ich den Transporter hier bitte einmal den Transporter mit allen einfach mal... beschießen. Das wäre jetzt wirklich toll. Sie eröffnet Feuer. Und werden wir auch einmal getroffen. Das sollte auch schon fast reichen. Die brauchen wirklich nicht viele Treffer. Das sind sehr leichte Schiffe. Die haben keine Panzerung. Und er ist bereits dead in the water. Aber jetzt kommen hier die französischen Schlachter näher. Das ist gerade echt ein bisschen bedenklich. Wenn wir natürlich jetzt einen Schlachtschiff verlieren sollten, wäre das ein Super-GAU. Das würde uns deutlich mehr Punkte kosten, als wir gewinnen werden. Also Siegpunkte. Denn ein Schlachtschiff ist hier sehr viel wert. Gerade weil wir nur vier haben. Wir haben ein Viertel unserer Kampfstärke hier. Die Hansa ist dort. Die Freya ist dort. Die Hansa könnte zurückkehren. Ja, kann sie. Die soll bitte mal einfach auch als Green fungieren. Bitte schnell zurückkehren in die Formation. Sie macht es halt nicht. Sie macht es halt nicht. Oh, da ist noch ein Schiff. Guck mal da. Das könnte eine Korvette wieder sein. Die Frage ist, es wird halt erstmal nicht Nacht werden. Also halt wirklich gar nicht. Weil es Sommer ist. Und sogar zwei Schiffe. Und deshalb finde ich die Idee, dass wir mit unseren großen Schiffen hier reinfahren, einfach so schlecht. Wir hätten die gleiche Aufgabe auch mit einfach nur einem leichten Kreuzer machen können. Und dann deutlich weniger mit weniger Risiko. Weil wir haben ja jetzt nicht wirklich irgendwie Bedarf an großen Schiffen hier. Wir müssen keine Feuerkraft mitbringen. Wir müssen hier schnell rein und raus. Und ein leichter Schiff ist schneller. Kann also mehr Area scouten. Wird weniger leicht entdeckt. Und kann auch wieder weg mit 20 Knoten. Die hier mit 14, die kommen hier von den Schlachtschiffen nicht weg. Und durch die große Flotte haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere Schiffe verlieren. Also auch einfach durch Signalprobleme. Die Hansa geht wieder verloren jetzt. Die müssen wir mal kurz gucken. Die kommen wir nochmal ein bisschen hier manuell bewegen. Mit voller Geschwindigkeit 19 Knoten. Das ist gut. Das hätte ich mir gewünscht von denen hier oben. Oder einfach die Hansa nur als Raider. Das wäre viel besser. So habe ich sie auch reingestellt. Freya, Signal missverstanden. Ich weiß gar nicht welche Signale. Die ist ja eigentlich allein da hinten. Ist aber auch okay. Das kann sie gerne machen. Die Hansa muss vielleicht mal folgendes tun. Und zwar muss sie ganz kurz hier rein diven in die feindliche Linie. Wir haben unser Ziel erreicht. Super. Wir können mal ganz kurz hier rein diven. Es gibt hier natürlich die Chance, dass man durch solche Findenangriffe die Linie zerstört. Das wird vermutlich nicht klappen. Nein, das ist glaube ich keine gute Idee. Wir sollten aufpassen. Die Treffer werden uns hier sehr schnell hinrichten. Aber man kann eben durch solche Fakeangriffe teilweise mal die Linien ein bisschen zerstören, weil die Angst haben. Vor allem hat das nicht geklappt. Aber das wäre ein guter Versuch gewesen. Wir können mal ein bisschen die leichten Kreuze aufwiegeln. Die werden hier keine Chance haben gegen uns. Die Batterie ist aber ein bisschen böse. Müssen wir aufpassen. Das sind hier tatsächlich Korvetten. Genau, haben wir bereits erwartet. Wir haben halt jetzt leider nicht viele Optionen, um hier irgendwie was zu machen. Die Brandenburg ist das schnellste Schiff in der Flotte hier. Wir werden mal auf Squadgeschwindigkeit schalten. Die Wittelsbach wird hier hinten natürlich böse beschossen, aber der Schaden ist bislang eher gering. Die Trefferaten sind niedrig. Das ist gut. Wir treffen natürlich gar nichts. Oh, wir haben gerade was getroffen. Warte mal. Oh ne, die Hansa. Ich habe gelogen. Die Hansa ist hier drüben. Die trifft hier die leichten und schweren Kreuze. Hansa ist auf Side. Natürlich ist sie das. Na, großartig. Und die Franzosen wollen uns. Das ist sehr kritisch. Unsere Reichweite ist aber gerade so auch nur da. Schwer zu sagen, ob das möglich ist. Und die Freya wurde im Engine Room getroffen. Die Freya ist gerade hier unten. Okay, die sind beide zusammen. Ich weiß nicht, was sie mit dem Land Target haben. Das ist ein bisschen schade, dass sie das beschießen wollen. Das ist echt Verschwendung. Dieser schwere Kreuzer hier ist der gut. Der ist... Ja, der ist okay. 6, 8er ist schon einiges. 2, 5er, 4... Ja, das ist... Ich würde mich damit nicht anlegen wollen. Wir müssen halt... Und noch ein weiterer schwerer Kreuzer. Uh, war ja...